Willkommen im Leipzig des 19. Jahrhunderts. Willkommen im Haus des großen Klavierlehrers Friedrich Wieck. Seine Tochter Clara ist gerade mal 8,5, ein begabtes Kind. Clara schwärmte schon als Kind für Robert und war glühend eifersüchtig auf seine zahlreichen Geliebten, vor allem aber auf seine verlobte Ernestine von Fricken, die er dann aber, Gottlob, doch nicht heiratete. Musik Warum willst du meine Frage, die sich teilen, träum ich dir? Glaube nichts als was der Sahne, diese beiden Augen erheu. Musik Ich sende einer groß wie Frühlingsforscher. Ich sende ihn an ein Augen von Frühlingslicht. Dein Vater Es wird nicht möglich sein, dass du ihm und mir zugleich angehörst. Einen wirst du lassen müssen, ihn oder mich. Musik Entflieh und schreit seinen Wein, Er droht neidem Herzenhaus, Wie weit auf der Erde sei, mein Herz, Dein Vaterland und Vaterland. Aber es greift ihn natürlich furchtbar an. Die Nächte sind so schlimm, wir schlafen fast gar nicht. Er äußerte mehrmals, wenn es nicht aufhören, müsse es seinen Geist zerstören. Ach, und nichts kann man tun zu seiner Erleichterung. Musik Was will die Flüge streiten? Schaurig hören sich die Bäume, Folgen sie die schweren Träume. Was will dieses Grauen bedeuten? Meine geliebte Freundin, Nun ist es wieder Abend und schon spät. Ich kann doch nichts anderes tun, als an Sie denken, Ihre lieben Briefe, Ihr liebes Bild ansehen. Was haben Sie mir angetan? Können Sie den Zauber nicht wieder von mir leben? Musik 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 Vielen Dank.